Das Baby kann nicht schwimmen. Das Pferd kann laufen. Der Fisch kann nicht laufen. Schneid es? Ja, es schneit. Ist es sonnig? Ja, es ist sonnig. In den Bergen ist es heute kalt. Am Strand 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 ist es heute kalt. Wie ist das Wetter? Es ist kalt und es schneit. Wie ist das Wetter? Es ist heiß und sonnig. Es ist heiß und sonnig. Ich werde Tennis spielen. Wir werden schwimmen. Sie werden sich küchen. Sie werden sich küssen. Sie werden zur Post gehen. Sie werden sich küssen. Ich darf den Sie auf der Liste machen. Sie werden sich küssen. Genau. Sie werden sich küssen.